Was wirst du dort bekommen? Ma la aynun ra'at, wa la udwinun same'ak, wa la khata ala qalbi bashar. Wa la khata ra'ala qalbi bashar. Dort hat Gott für dich vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, noch ein Ohr gehört hat, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Und das ist das, wie man das erreicht. Wie ist der Weg? Der Weg ist ganz einfach. Du bezeugst, dass Gott der Einzige ist in deinem Leben. Dem du dich ergeben musst, shadu ala ila illallah, dem du anbetest. Nur ihn alleine, niemand anderen. Alhamdulillah, vertraue auf ihn alleine, Alhamdulillah. Und du bezeugst, dass Mohammed der letzte Diener und Gesandte ist, ein Mäschchen Gottes ist, der dir den Weg gezeigt hat. Und wenn du das machst, du hast eine Garantie, wenn du es mit richtigem Aufrichtigkeit machst und stirbst in diesem Zustand, du hast eine Heilsgarantie, dass selbst wenn du viele schlechte Taten gemacht hast, wenn du es mit Aufrichtigkeit wirklich gemacht hast, wirst du, auch gute Taten werden folgen. Dann kann es sein, dass jemand dies bezeugt und es kommen keine guten Taten. Du hast die Garantie, irgendwann aus der Hölle rauszukommen. Aber ansonsten hast du keine Garantie. Im Gegenteil, der Prophet Mohammed S.A.S. sagt ganz deutlich, Niemand hört von mir, seid ihr Yahudi, Jude oder Nasrani, Christ, und glaubt dann nicht an das, womit ich gesandt worden bin und stirbt dann in diesem Zustand, außer dass er zu den Gefährten des Feuers gehört. Das ist etwas, was ich auch erwähnen will. Nicht, weil ich jemandem wehtun will, sicherlich wird das einigen Leuten nicht gefallen, sondern weil wir für die Menschen das Gute wünschen. Und ich ganz besonders, und ich bin kein Versicherungsvertreter, wir sind hierhin gekommen, aus Köln, ohne dafür Geld zu verlangen, und morgen, wenn der Schweiz, Alhamdulillah, bzw. ich komme ja aus Bonn, das ist jetzt selten, habe ich schon gesagt, deswegen, diese Botschaft soll es nochmal sein. Sicherlich werden einige Menschen nicht mit dem einverstanden sein, was ich gesagt habe. Werden Bedenken haben, werden Zweifel haben. Das ist kein Problem. Was ich nur jedem mit auf den Weg geben will, ist, für die Muslime als erstes, fangen wir heute ausnahmsweise mit den Muslimen an, dass man wirklich den Islam richtig leben soll. Wir sehen heute leider, dass viele Muslime ein ganz schlechtes Bild abgeben. Ich gebe dir eine Sache als Tipp, was der Prophet Mohammed s.a.w. auf seinem Schwert stehen hat. Das heißt, da sagt er, das heißt, füge den zusammen, zum Beispiel, wenn jemand mit dir den Kontakt abgebrochen hat, das ist der, der den Kontakt mit dir abgebrochen hat, versuche diesen Kontakt wieder herzustellen. Und sei gut zu dem, der schlecht zu dir ist. Und sprich die Wahrheit, selbst wenn sie gegen dich ist. Deswegen sei gut zu den Menschen. Wir wissen in Deutschland, es kommt immer mehr Druck auf uns zu. Man wird immer unwillkommener. Wir sind auch teilweise selber daran schuld. Auf der einen Seite die Hetzkampagne, auf der anderen Seite sind wir selber daran schuld. Aber sei du immer gut zu den Leuten. Immer. Egal, wie schlecht die man zu dir ist, ist es manchmal schwer. Aber trotzdem, versuche es, versuche ein gutes Beispiel zu sein. Und nicht wie einige Leute, die den Islam so durch den Dreck ziehen, die als Jugendliche sich Muslime nennen, durch die U-Bahn gehen und da irgendwelche älteren Herrschaften mit Tränengas besprühen. Ist das Islam, achi? La ilaha illallah. Da muss man sich schämen. Und diese Leute sollen sich schämen. Und ich sage das zu diesen Leuten. Ich glaube nicht, dass hier einer davon sitzt. Aber vielleicht kriegen sie das über das Internet mit. Ich sage euch das. Lasst diese Sachen sein. Benehmt euch wie vernünftige Menschen. Das sage ich nicht, weil wir euch hassen, sondern weil wir euch lieben. Aber wir lieben nicht das Schlechte, was ihr tut. Und deswegen bleibt davon fern, denn das ist nicht der Weg zum Paradies. Der Weg zum Paradies ist, dass Islam richtig praktisch ist. Für die Nicht-Muslime, die hier sind, Alhamdulillah sind ja auch einige hier, gebe ich einfach den Rat, und natürlich auch für die Muslime gebe ich den Tipp, nicht zu schüchtern zu sein. Das heißt, nicht Angst zu haben, die Religion zu praktizieren. Jeder, der nicht betet, sollte heute anfangen mit dem Gebet, sei es Mann oder Frau, und anfangen, die Religion richtig zu praktizieren. Und für die Nicht-Muslime, der Tipp, einfach, sicherlich wird es einige Bedenken geben. Wir werden gleich Fragen, kann man auf Zettel schreiben, da werden wir noch einiges beantworten. Wir müssen morgen noch, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten auf morgen, die Zeit ist momentan bei mir sehr begrenzt. Denen gebe ich einfach den Tipp, beschäftigen Sie sich einfach mit dem Islam. Zum Beispiel mit, kaufen Sie den Koran, oder wir haben auch einige Bücher draußen, die sehr nützlich sind, vor allem das Buch über den Eingottglauben im Islam. Dass man sich einfach mal damit beschäftigt. Und die wichtigste Adresse, fragen Sie den Allmächtigen Gott, auf diese Art und Weise, dass Sie die Hände so heben, wie Jeremia, a.s. in der Bibel gemacht hat. Fragen Sie ihn, allmächtigen Gott, zeig mir den richtigen Weg. Denn er wird, der Allmächtige Gott, wird es nicht in den Stich lassen. Oder fallen Sie auf das Gesicht, mit dem Boden so, mit dem Boden, äh, mit dem Gesicht auf den Boden, so wie der Prophet, A.s. a.s. Jesus in der Bibel gemacht hat. Das sind die Richtige. So beten auch wir Muslime übrigens, wir beten nicht so und so, denn so betet auch kein Prophet in der Bibel, alle Propheten in der Bibel beten so, oder mit dem Gesicht auf den Boden. Das ist die Art und Weise, wo man Gott am Nächsten ist. Dass man zeigt, ich bin ein Diener von dir. Ich bin ein Sünder, ein Diener von dir. Alhamdulillah. Das ist sehr wichtig. Das ist das, was ich als Tipp gebe. Und objektiv einfach mal damit beschäftigen, wenn man im Allgemeinen Wissen etwas zunimmt, oder im Allgemeinen Wissen etwas dazugewinnt, hat man in jedem Fall auch einen Vorteil. Selbst wenn man nachher den Islam nicht annimmt, hat man in dieser Zeit nur einen Vorteil gewonnen. Aber natürlich am jüngsten Tag ist es sehr schlecht für einen. Denn, wie schon gesagt, ist der Islam, so wie Allah im Koran sagt, der einzige Weg, der von Allah am jüngsten Tag akzeptiert wird. Und die Religion, die alle Propheten, die vorher waren, auch praktiziert waren, die Gottergebung. Ich sage diese Worte und bitte Allah um Vergebung für meine Sünden und der restlichen Gottergebenen. Alles, was richtig gewesen ist, war vom allmärchigen Gott. Und alles, was falsch war, was mit der Wahrheit nicht übereinstimmt, war von mir und vom Satan. Subhanakallah und behamdik. Esshadu all la ila ila and astafiruquatu beleh.